Ihr alle kennt ganz bestimmt die Crash-Test-Dummies. Das sind so Puppen, die man in Autos setzt, um die Sicherheit des Autos zu checken. Gerade wenn Autos neu gebaut werden, macht man das. In England ist man noch einen Schritt weiter gegangen. Da hat man einen Moderator als lebenden Crash-Test-Dummy eingesetzt. Und der hat sich dabei ganz mächtig verletzt. Ich zeige euch gleich, was der für Verletzungen davongetragen hatte. Auch das Video, als er dann eben entsprechend gecrasht ist. Und ich sage euch auch, ob er die Millionen bekommen hat. Die er eingeklagt hat gegen seinen Sender. Also bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde, Beuger & Solmecke. Und in der Vorbereitung auf dieses Video habe ich mir mal geguckt, wie hat man eigentlich früher getestet, ob ein Auto sicher ist. Und tatsächlich hat man bis in die frühen 90er Jahre Tiere und tote Menschen genommen, um zu checken, ob ein Auto irgendwo die Knochen bricht. Und man hat lebensgroße Puppen allerdings dann entwickelt. Das war sozusagen die Weiterentwicklung von den Tieren und den Toten, die mit Biegsamkeit und den Knochen und dem Hirn so genau, also fast genau die Menschen imitiert haben. Hier seht ihr solche sogenannten Crash-Test-Dummies. Ja, sie sind sozusagen sehr nah am Menschen drin. Sind auch, glaube ich, ziemlich teure Puppen. Die haben ganz viele Sensoren und damit kann man simulieren, was passiert, wenn ein Menschen Autounfall hat. Und insofern ist es ganz schön verwunderlich, wir haben ja jetzt ausgerechnet hier solche Puppen, dass man in England einen Menschen genommen hat, um zu checken, was bei so einem Unfall alles passieren kann. Doch mal ganz von vorn. Es gab die Fernsehsendung Bang Goes the Theory von 2009 bis 2014 bei BBC One. Und da wurden wissenschaftliche Theorien getestet und Jeremy Stansfield, das ist eben ein Wissenschaftler, der hat die am eigenen Leib getestet. Der hat zum Beispiel Stunts gemacht, der hat mit dem Fahrrad einen Generator angetrieben, Strom erzeugt, 250.000 Volt, ein Bunsenbrenner wurde angezündet, aufblasbare Hasen wurden damit aufgeblasen, eine Roboterhand angetrieben und, und, und. Und der Gipfel des Eisbergs, der war eigentlich dann im Jahr 2013, Stansfield wurde auf einem Go-Kart ähnliches Gerät geschnallt und sollte eben einen Crash simulieren auf Metallpfosten mit nur 10 kmh. Hier ist also dieser Crash, den er simulieren sollte. Und vorher hatte er schon einige Crashs rückwärts gemacht, also da ist irgendwie nichts passiert. Und jetzt kommt der entscheidende Crash, um den nachher auch das Millionenverfahren ging. Gucken wir uns den mal an. Also man sieht jetzt, mit 10 kmh geht's los und er knallt jetzt vor eine Latte und zack, ist sichtlich benebelt. Und hat sich dabei also richtig auch was getan und das ist eben nicht mehr so glimpflich ausgegangen. So, war jetzt als für sich genommen, waren da viele Schäden natürlich dabei, die jeweils einzeln wehtaten, aber nicht so ganz dramatisch waren. Aber in der Summe hat dann ein Gericht, der High Court in London gesagt, kann man sagen, da hat sich so viel zugezogen, also psychische Folgen durch diesen Crash, den wir gerade gesehen haben. Er hat dann auch wirklich irgendwie so eine Verletzung am Hals noch gehabt und und und. Ja, und er hat jetzt recht bekommen. Er hat tatsächlich 1,6 Millionen Pfund, das sind 1,9 Millionen Euro bekommen, weil er dieses Experiment mitgemacht hat. Er wusste nicht von dem Experiment. Allerdings die BBC ihn nicht vor Gefahren gewarnt hat, die der BBC vorher bewusst waren. Ja, ist schon krass. Man muss jetzt mal gucken, wie das in Deutschland so wäre. Natürlich kann man nach Deutschland, in deutschem Recht auch eine Schadensersatzzahlung bekommen, nach § 823 Strafgesetzbuch, wenn irgendwie der Körper verletzt wird. Das ist ja klar. Es sei denn, man hat einen Rechtfertigungsgrund und das könnte eine Einwilligung sein. Ich sage mal so, der ist ja hier bewusst hergefahren. Ich gucke mal eben, ob ich auch noch hier so eine Rückwärtsfahrt finde für euch, die nämlich gut ausgegangen ist. Schauen wir uns die auch noch eben an die Rückwärtsfahrt. Also das war jetzt hier eine Fahrt, die dann eben geklappt hat, meine ich jedenfalls. Wo habe ich die? Hier, nee, da gibt es schon das Richtsurteil. Da ist die Rückwärtsfahrt. Da fährt er rückwärts. Und da sagt der Enemy noch so, mir geht es gut, da ist nichts passiert. Da knallt er dagegen, zack, und so. Hey, ich bin rückwärts gefahren, das war nicht so schlimm. Und nur vorwärts war eben dann das Problem, wo er sich so verletzt hat. Und er hat ja eingewilligt, auch in den Nächsten, in den Nächsten, in den Nächsten. Aber er hat gesagt, ja, ich habe eingewilligt, aber mir hat keiner gesagt, wie gefährlich das ist. Und in Deutschland, ja, klar, eine Einwilligung ist dann keine Einwilligung, wenn man ihn getäuscht hat bezüglich der Umstände. Kann man sich aber allerdings auch schon die Frage stellen, konnte man ihn täuschen, oder er war ja Wissenschaftler, kann man nicht checken, was es bedeutet, wenn man mit 10 kmh vor eine Eisenpfosten fährt. Ja, könnte man natürlich, das wäre sozusagen ein Argumentationspunkt, wo ich jetzt als Anwalt rangehen würde, wenn ich Anwalt der BBC gewesen wäre und gesagt hätte, naja, kann ja sein, dass die ein bisschen mehr wussten, aber er ist jetzt auch nicht, ist kein Schulanfänger, er war Wissenschaftler und hätte vielleicht verstehen können, was passiert, wenn man mit 10 kmh volle Pulle ungebremst gegen eine Eisenpfosten fährt und dass man sich da eventuell entsprechend verletzen kann. Ja, bei all den ganzen anderen Experimenten, die er auch gemacht hat, war ja eh immer eine gewisse Verletzungsgefahr gegeben. Das wäre sozusagen meine Argumentation. Und dann natürlich, in Deutschland muss man auch dazu sagen, wären die Strafen oder die Schadenersatzzahlung, die er hier bekommen hat, nicht so hoch gewesen. Hier haben wir 1,9 Millionen Euro. Das liegt daran, dass es im anglo-amerikanischen Raum auch sogenannte Punitive Damages gibt. Das sind Straf-Schadenersatzzahlungen. Das heißt, einerseits möchte man demjenigen den Schaden zahlen, aber man möchte auch jetzt hier den Sender bestrafen, der das Ganze überhaupt initiiert hat. Und deswegen haben wir dann viel, viel mehr Schadenersatz, als es in Deutschland der Fall wäre. Hier bei uns würden wir vielleicht einen Verdienstausfall bekommen, wenn er danach nicht arbeiten konnte. Es gibt auch immateriellen Schadenersatz, wenn er wirklich psychische Schäden hat, aber er liegt niemals in diesem Bereich von 1,9 Millionen Euro. Und ich bin mir sicher, in Deutschland hätte man garantiert auch berücksichtigt, dass er ja einen Großteil der Informationen schon hatte, wie gefährlich das ist, mit einem Go-Kart von der Eisenstange zu donnern. Und dass man auch dann gesagt hatte, naja, er ist bewusst ein Stück weit das Risiko eingegangen. Er hatte ein Mitverschulden und das Mitverschulden hätte er sich auch anrechnen lassen können. Aber in England sieht man es anders. 1,9 Millionen Euro Entschädigung für einen Moderator aus England, der sich als menschliches Crash-Test-Dummy hergegeben hat, gegen Eisenpfosten geknallt ist und dann da doch längere Zeit noch psychisch und mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Also in der Kombination war das dann offenbar schon sehr, sehr schlimm. Was meint ihr dazu? Hätte er es besser wissen müssen, ihr habt jetzt die Crashes gesehen oder sagt ihr, naja, da hätte BBC doch vorher mal besser das noch anders checken müssen, wie gefährlich das wirklich ist, dass man da irgendwie so eine Nackenverletzung oder so bekommt. Konnte er nicht ahnen. Ich weiß es nicht. Aber ich war zum Glück auch nicht der Anwalt in diesem Fall. Deswegen könnt ihr jetzt mal Anwalt spielen. Unten in den Kommentaren würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar dazu da lasst. Ansonsten sehen wir uns an der gleichen Stelle morgen schon wieder. Ja, bleibt einfach dran. Hier noch zwei Videos, die ihr genießen könnt. Tschüss und bis dahin.